Wir müssen zwei Dinge tun. Einmal die Polizeipräsenz erhöhen. Da sind vor allem die Länder gefordert, dass wir mehr Stellen für Polizeibeamte schaffen. Aber wir müssen auch den passiven Einbruchsschutz verbessern. Das heißt, Türen, Fenster sicherer machen. Da kann man mit relativ wenig Mitteln viel tun. Die Polizei berät da auch zu solchen Maßnahmen. Und wir haben beispielsweise ein Programm auf den Weg gebracht. Die Große Koalition in den nächsten drei Jahren 30 Millionen für bessere Scheiben, bessere Türen. Diese Summe muss allerdings aufgestockt werden.